Musik Wir standen da, haben das im Radio gehört und haben dann gesagt so, ey lassen wir das probieren und dann haben wir halt durch Glück gewonnen. Was ich besonders cool finde ist allgemein, wie das halt einfach organisiert wurde. Das ist schnell aufgebaut, schnell abgebaut, das Essen ist da, Getränke, also schöne Pause einfach unter den Mitarbeitern. Das Trinken schmeckt richtig gut, das Essen ist gut, einfach eine gute Atmosphäre. Ja, also es ist mal was anderes, vor allem verschöntet es einen glaube ich den Freitag und ja, also jetzt kann auch noch der Feierabend kommen, dann können wir gerade eigentlich hier weitersitzen, das wäre ganz schön so. Also ich finde es mega, war eine coole Aktion, wir haben es auch immer im Radio angehört, haben es verfolgt und ja, war also echt lustig, dass wir jetzt gewonnen haben, hätten wir ja nicht gedacht, das ist echt cool. Das ist eine gute Aktion, finde ich gut. Ich freue mich auch, dass mein Chef mitgemacht hat. Also ich finde es eine ganz tolle Sache, vor allen Dingen, dass man im gesamten Betrieb nochmal locker hier miteinander stehen kann, sich miteinander unterhalten kann und ich finde, es gehört auch zu einem Unternehmen dazu, dass man sowas mal mitmacht.